Eine Stadt, die das Olberreich von der Römerzeit bis heute trug, die Karnedivan von Kleopatra bis Königin Abba. Der Turm um das heilige Sinkloch mit seinen religiösen Gebäuden und Wasserzisternen ist eine der prächtigsten Ruinen der Region. Nach den gefundenen Überresten gilt die Stadt als eines der Zentren der Olivenölproduktion. Karnedivan, rot gestrichen von der Abendsonne. Eine lange Reise in die Vergangenheit. Untertitelung des ZDF, 2020